Sie wollen die Winkler Produktbestellungen nahtlos in Ihre ERP-Systeme integrieren? Wir zeigen Ihnen, wie Sie das machen mit der OCI-Schnittstellenanbindung von Winkler. Machen Sie sich den Einkaufsprozess einfach. Über unsere OCI-Schnittstelle können Sie viele Informationen, die Sie aus unserem Onlineshop benötigen, automatisch in Ihr Warenwirtschaftssystem übertragen, ohne dass Sie Daten mühsam selbst hinterlegen müssen. Preise, Artikelverfügbarkeiten und weitere wichtige Informationen entsprechen immer dem aktuellen Stand und Sie bewegen sich dabei in Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung. Sie wollen verschiedene Produkte im Winkler Onlineshop bestellen und gleichzeitig die Artikel und Auftragsdaten in Ihr Warenwirtschaftssystem übertragen, aber dabei keine Doppelerfassung in Ihr ERP betreiben? Genau hier setzt die OCI-Schnittstelle an. Sie erhalten von uns Ihre OCI-Zugangsdaten und lassen die Schnittstelle von Ihrer IT einrichten. Die OCI-Anbindung wird von der Winkler-Seite kostenlos zur Verfügung gestellt. Viele Anbieter von Warenwirtschaftssystemen unterstützen die Datenübertragung mit der OCI-Schnittstelle. Nachdem Ihr Warenwirtschaftssystem mittels der OCI-Schnittstelle mit dem Winkler Onlineshop verbunden ist, können Sie aus Ihrem ERP im Bestellvorgang nahtlos in unserer vertrauten Webshop-Oberfläche starten. Sie werden dann in den Winkler Onlineshop weitergeleitet, wo Sie Ihren Warenkorb ganz wie gewohnt füllen. Der nächste Schritt findet im Warenkorb statt. Hier können Sie nun dank einer neuen Schaltfläche Ihre Warenkorbdaten direkt an Ihr Warenwirtschaftssystem übertragen. Alle relevanten Informationen werden dann in Ihr ERP übernommen und können anschließend problemlos weiterverarbeitet werden. Eine Bestellung dieser Artikel findet erst statt, wenn Sie diese in Ihrem System freigeben und separat an Winkler auf einem Weg Ihrer Wahl übermitteln. Optional können Sie mit einem zuschaltbaren Bedienelement auch direkt bestellen. Klicken Sie dazu auf die obere Schaltfläche. Sie werden dann zur Kasse weitergeleitet, wo Sie Ihren Bestellprozess wie gewohnt abschließen können. Mit einem Klick können Sie nun bestellen und gleichzeitig Ihren Warenkorb an Ihr ERP-System übertragen. Diese Schaltfläche kann auf Wunsch auch deaktiviert werden. Sie haben jetzt alle Informationen in Ihrem Warenwirtschaftssystem beisammen. In der Zwischenzeit verpackt und liefert Winkler wie gewohnt zuverlässig Ihr bestellten Artikel. Und wenn die Ware eintrifft, können Sie die schnell einbuchen und weiterverarbeiten. Einfach, schnell und effektiv. Bei Interesse an der OCI-Schnittstelle wenden Sie sich an Ihren Winkler-Fachberater.